Du? Mike? Och, was ist denn, Mark? Mike, glaubst du, dass Karl und Alfredo immer noch hinter uns her sind? Och, nur hör schon auf, Mark, mit diesen wilden Vermutungen. Ich glaub nicht dran. Können wir jetzt endlich schlafen, ja? Du, Mike, ich glaub, ich hab nur Beweis. Was? Weißt du, was an der Schuhsolle meines rechten Schuhs war, nachdem ich in diese Eschspalte gesprungen bin? Weiß ich nicht, will ich auch nicht wissen. Kaugummi! Kaugummi hat daran geklebt. Woher soll hier Kaugummi kommen? Mann, vielleicht hat ihn der Vulkan ausgespuckt, du Ruhestörer. Schluss jetzt, ein für allemal. Obwohl mir noch tausend Dinge durch den Kopf schossen, schlief ich endlich ein. Mit einem Mal war Quetzal-Kojotel da und befahl, den Parikutin auszubrechen. Der Vulkan gehorchte auch aufs Wort und stieß bereits kleine Rauchwolken aus. Darüber wurde ich wach und hörte Michelle im Schlaf reden. Hör auf mich zu kitzeln, Mark. Hey, du kannst aber auch nicht aufhören. Lass das nicht. Ich bin noch so kitzelig. Jetzt kannst du ruhig bleiben, Mark. Ganz ruhig. Und Mike wecken. Mike! Mike! Mach auf! Schnell und... Was ist denn los? Ist denn schon morgen? Nee. Schau mal, schau mal, was dort über Nichelles Arme läuft. Mike! Skorpione! Wir müssen... Nimm deinen Schuh in die Hand, Mark! Was? Wie? Tu, was ich sage! Und jetzt schleichen wir beide rüber, aber... vorsichtig! Klar doch, Mike. Wenn ich jetzt nicke, dann... Okay. Jetzt! Hey, hey, was ist denn los? Warum schlagt ihr auf mir und den Boden rum? Skorpione! Da sind Skorpione über dich gekrochen, Michelle! Wie geht es? Das ist ja widerlich! Und zwar... Ja, fünf Stück. Das gibt's nicht. Das ist absolut unnatürlich. Solche Viecher treten einzeln auf. Na, weißt du, Mark, mir hätte auch eins von diesen Giftswickern gereicht. Kombiniere? Da hat jemand was gedreht. Fünf Skorpione auf einen Schlaf. Skorpione! Ha! Skorpio! Genau das war's. Ja, ganz genau das war's. Hey, Mike! Was hast du? Was ist mit dir? Doug Carlson. Er ist damals für Skorpio gefahren. Damals in Monza. Er hat mich von der Bahn gedrängt und wurde daraufhin disqualifiziert. Ein harter Schlag für ihn, denn damit, dass er mich ausgeschaltet hatte, war er praktisch schon Sieger. Ja, und? Was heißt das? Doug Carlson. Überleg mal. Das ist Karl Douglas. Bestimmt. Ich bin mir ganz sicher. Fett ist er geworden. Deshalb hab ich ihn nicht gleich erkannt. Du, Mike. Ich hatte auch schon mal mit Doug Carlson zu tun. Was? Was hast du mir nie erzählt? Du hast ja auch nie etwas von dem Monza-Crash verlauten lassen, Mike. Na ja... Danke für deine Schützenhilfe, Mark. Wäre aber nicht nötig gewesen. Ja, Doug Carlson hat mich mal angerufen. Wollte mich von Carrera abwerben. Er ist jetzt wohl Rennstallleiter von Skorpio. Ich sollte rübergehen nach Amerika und das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Deshalb hab ich auch kein Wort darüber verloren. Jetzt, nachdem mir klar war, wer sich hinter den Namen Carl Douglas verbarg, glaubte ich auch Mark aufs Wort, dass er von einem seltsamen Geruch geweckt worden war, als wir in der Aztekenruine übernachteten. Da hatte sich Carl oder, soll ich besser sagen, Dachs-Komplize Alfredo nicht beherrschen können und sich eine Zigarette angezündet. Die beiden waren also noch da. Das beunruhigte mich sehr, aber wir mussten auf jeden Fall unsere Motortests zu Ende führen. Wir fahren jetzt besser zurück ins Lager, Mike. Ich hab wirklich ein ganz ungutes Gefühl. Da kann ich dir nicht widersprechen, Michelle. Es reicht doch für heute. Was meinst du, Mike? Noch ein weiterer Tag hier mit unserem Audi am Fuß des Parikotien dürfte doch reichen, oder? Ja, bestimmt. Und Bixi kann zufrieden sein mit seiner Neuentwicklung. Läuf, läuf. Mir macht es wirklich Gedanken, dass dieses Verbrecherpaar nicht mehr aufgetaucht ist. Das ist wie die Ruhe vor dem Sturm. Was man vom Parikotien nicht behaupten kann. Der ist seit 24 Stunden immer aktiver geworden. Wir sind da, Mike. Unser Lager. Mark! Mark! Wo bist du? Hey, Mark, Junge! Mach keinen Blödsinn! Komm raus! Was hab ich dir gesagt, Mike? Die Typen haben ihn geholt. Jetzt mal mal den Teufel nicht an die Wand, Michelle. Du gehst darüber. Ich schau mal am Hügel des Parikotien nach. Alles klar, Mike. Na, warte, Börschchen. Wenn du uns jetzt einen Krimi vorspielst, dann... Mark! Mark! Hör endlich auf damit! Mark, komm her! Hey, das war schon wieder der Vulkan. Wenn du deinen Sohn suchst, Weller! Der ist hier! Sie brauchen nur, zu kommen und ihn zu holen! Verdammt! Diese Verbrecher haben tatsächlich Mark gekidnappt. Ja, das ist Carlson und der Mexikaner, die da oben am Rand des Vulkans stehen. Ich komme, Dr. Carlson, worauf ihr euch verlassen könnt! Hey, Mike! Bring mir mal gleich deine Tochter und den Wagen mit, wenn du deinen Sohn wiederhaben willst. Du's nicht, Mike. Sie wollen das auch nur... Ich übersteh' sein, du Kröte! Gleich... Ich hab' ich's geschafft. Ich rutsche. Der Boden bewegt sich. Er bebt aber jetzt! Ah, weißt du noch, Weller? Monster, dummer Sache! Du hinterhältiger Schuft, du! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Muskeln kommst du aber nicht an! Oh, 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 oh! Deine Fettmassen haben mich auf den Boden gedrückt, sonst schnauze, Mike, oder ich? Mike, teig da! Ich glaub, ich spinne! Michelle kommt! Die kommt mit... mit dem Audi! Die fährt knapp dem Vulkanrückloch! Direkt auf uns zu! Und... und der Zucker! Dieses Torquelswald! Das ist eine Aufregung! Das habe ich alles zu! Nein, Gott, springt rein! Die Türen sind offen! Und jetzt fliegt es wie weg von dem unter anderem Ort. Mensch, Mike, Michelle! Der Parikodin bricht aus! Gib Vollgas, Michelle! Alles, was der Motor drauf hat! Für Carl Douglas und Alfredo Garcia konnten wir nichts mehr tun. Der heiße Aschenregen des Parikodin schlug über ihnen zusammen. Wir bekamen kaum noch etwas ab, denn der neue Carrera-Rally-Motor ließ den Audi wie eine Rakete losschießen. Er hatte seine Feuertaufe im wahrsten Sinne des Wortes bestanden. Das konnten wir auch Big C sagen, der sich eine halbe Stunde nach diesen Ereignissen über Funktelefon bei uns meldete. Ja, das kann man so sagen. Mit diesem Motor kann man jede Situation meistern, bestimmt. Sie sollten dazu auch mal meine Tochter befragen. Ja, ja, genau. Wir haben unsere Tests abgeschlossen. Wie darf ich das denn verstehen? Ein paar nette Tage Urlaub waren das? Na ja, also, darüber sollten wir mal reden, wenn wir wieder zu Hause sind. Und wenn ihr diese Melodie demnächst wiederhört, erlebt das Carrera-Team Abenteuer Nummer 6 Sabotage. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.